Einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum nächsten part von super mario maker im letzten part haben wir die ersten acht level der zehn mario herausforderung geschafft und diesmal geht es weiter ich freue mich schon so sehr und prinzessin peach wurde wieder entführt Juhu ich freue mich ja so dass er wieder dass er Ja spießende goombas Ja 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 da kommen wir schon wieder näher oder gibt es mehr münzen Okay Okay Wow Wie kann man noch die wirbelattacke machen mit ztr ne klappt schon Muss ich ja Lecker Nicht dein ernst nicht dein ernst Da mache ich halt nicht den spinnen spinn genau ich spinne auch Von was Komm Ich sag ich doch schon wieder Wow Ist bisschen peinlich Ja Jajaja Es gibt's doch nicht dass ich das fucking level nicht schaffe oder Geht weg Geht weg Geht weg Geht weg Bitte Geht weg Geht weg Geht weg Und gehen mit dem pilz Danke Wow 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 Und Tschüssi Wohohoho Übertreib 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 junge Wow Und Du auch Oh yeah Mario time Okay gut Na 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 Gut Drei ups haben wir wieder zurück bekommen Und Level 2 Die gefährliche Bohnenstange Wow Was ist denn da los Ähm Es gibt sowas das heißt hochklettern Mario Hä Ah Okay I know Ich weiß was gemeint will also Wir müssen halt die Dingens hoch Und Wir müssen halt aufpassen dass wir halt nicht von den ganzen Ähm Teilen hier getroffen werden Wow Er geh halt hoch Okay Lustige idee Aber ob wir das schaffen ich glaube nein Mit meinen skills ne Ups Komm jetzt Das haben wir jetzt Los Los Bohnenstange geh hoch Wow 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 wie mario dann streit einfach nur geil das war jetzt knapp okay sehr schönes level level 3 1 2 remix unterwelt du 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 was haben wir denn dafür namibu Oh, Goomba Oh Oh Und schon wieder verloren Aber Habe ich jetzt Goomba oder Goomba gesagt? Ich hoffe mal Goomba Komme ich da hoch? Ja Münzen Hype Und weitere Goombas Die ich hasse Wow Wow da doo-da 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 cknow discernert Level beendet. Nächstes Level. Und Nummer 4 ist... Captain Maxi Knochen trocken. Ist es ein Luftschiff? Oh, ja. Okay. Muss ich da jetzt eine Tür aussuchen? Ähm... Oh. Das war sogar richtig. Cool. Oh oh. Oh oh. Und... Was? Boah, ich... Gib her. Oi. Aaaaaaah. 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 Ach komm, das war so klar. Also rechts war richtig, ne? Nehmen wir mal den Pilzi mit. Ach. Egal. Egal. Auffassen? Oh. Wow. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da. Okay. Und weiter geht's. Ba 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 ba. Ba da ba da ba. Mario. Mario. Ho ho. Ach nein. Nein. Ein Wasserlevel. Ach nee. Das geht natürlich auch. Schwimmende Koopas. Und Goombas. Und... Ja, Plupava ist immer kleiner. Aber... Trotzdem. Wieso? Wieso tut ihr das mir an? Tut ihr das mir an? Gut Deutsch. Okay. Wir haben aber einen Pilz. Also... Schnell hoch. Also das ist Mario. Das war mal ein Pilz. Das ist ein Stern. Das ist ein... Coin. Ne Coin. Ähm... Was ist das? Ah, ne Feuerblume. Ne Feuerblume. Sehr nice. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Oh. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich da durchkommen, bitte? Was? Okay, Mario. Du wirst gerade übelst verarscht. Glaube ich. Nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben Ah Mann Wie soll ich das schaffen Ich bin gleich dort Muss ich mich da einfach Ja, aber wenn ich mich runterfahren lasse Dann werde ich einfach von den Koopas Koombas, sorry Einfach hochgeschleudert Das ist einfach nicht fair Ja, ich verliere den Pilz Ach, komm doch einfach her Oh 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 Ich glaube, ich bin gleich Wieder tot Oh 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 Natürlich 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 Ah Nee Das Ich werde dann einfach hochgeschleudert Das Was ist das bitte Aha Ein Longpilz Hä Aber da war doch früher ein normaler Pilz drin, oder? Wieso bekomme ich jetzt einen Longpilz? Ist der besser? Auf jeden Fall ist der geil Natürlich 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 Gut Gut So klappt das nicht Okay, ich habe verstanden Aber was zum Teufel soll ich da machen, damit das geht Ich war so lange nicht so lange nicht so schnell aus, rumh Suddenly Ich warst Deaf Und Ich warst neurotransport Ich warst Ein Ich warst Ich warst Ich warst es geht nicht ich schaff es nicht ich weiß nicht was ich noch machen soll damit es geht hallo das sind ja über münzen das geht ja nicht hochgeschleudert werde ich natürlich auch noch natürlich jetzt habe ich wirklich keine chance mehr wow wow runter 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 aufpassen aufpassen endlich meine fresse hat das lange gedauert naja aber beim zweiten versuch ist doch mal schön gut dann aber das war wirklich so ein level da musst du glück haben damit auch darunter kannst du sie packen lücke du bist da hochgeschleudert na warte mal kommt jetzt müssen ja cool aber es ist ein scrolling level also kann man sterben schnell runter cool das ist schon mal entspannender hier kann ich jetzt alle fehler wieder gut machen wo geh da runter vor all online wetten jetzt kommen gegner nee aufwünschen okay cool geil oh yeah mario time okay weiter geht oh luigi herzliche willkommen moment in der mario truppe oh meine fresse oh noch einer den wir nicht sehen können weil er runter gefallen ist auf wiedersehen und jetzt kommt toddy toddy joins the game yeah und ähm da haben wir auch weiß ich nicht weil er runter gefallen ist ach weiß ich nicht sind immer die besten na wow du 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 yeah level b endet so und jetzt noch der boss für diesen part feuerfestung wo wo was ist das plüte wo 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 und hhhhhhhhhhh geh rein Danke die 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 ha ha oh gott gleich wieder tod noch mal und wo und wo und wo und einfach nur wo ich bin jetzt darunter gefallen mensch jetzt steigen dich doch an ja ja gleich gleich lalalalalala ich bin gleich tot ich brauche ein pilz also einer schmeißt definitiv immer pilze aber in die falsche richtung mensch meine france im pilz aus dem pilz nicht in die richtung du voll trottel los los further Oh Gott Oh Gott. Oh Gott. Gib mir halt einen verdammten Pilz jetzt. Meine Phrasing. Ist das so doof zu verstehen oder was? Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wow. Aufpassen. Wow. Was soll es? Einfach drüber springen und tschüss Bowser. Puh. Es war mal wieder sehr, sehr schwer für mich. Für mich. aber es war cool wieder prinzessin pisch wurde wieder an eine andere festung gebracht und sie ist wieder nicht hier und gestern war pause da und ja da schon wieder der hund auf der rakete na gut na gut na gut dann sehen wir uns im nächsten part wieder von mario party nein falsch super mario maker mario party wie komme ich denn da drauf jetzt falls euch der part gefallen hat und die ganzen fels dann lasst doch gerne damit nach oben da wir sehen uns dann im nächsten part wieder level die könnt ihr gerne in die kommentare schreiben da kann ich sie gerne mal so spielen und antesten was auch immer und ja gut dann bis dem nächsten part alividerci ciao